Das bist du oder ich Nordweg. Ich öffne mal das Tor hier. Ja genau, ich kann das Tor hier öffnen. Dann können wir mit unserem Schiff weiterfahren. Öffne den. Bord abgeschlossen. Geil, wir können wieder fahren. Ich kann nicht einsteigen. Man kann da Waffen verstauen? Ja, scheinbar. Wo denn? Oh ja, ich kann hier ran. Habe ich jetzt eine Waffe da verstaut oder ist sie einfach nur runtergefallen? Ich kann damit markieren. Das ist weird. Wo ist sie jetzt? Ist hier keine Waffe? Die ist unter dem Ding jetzt. Ja, bitteschön. Ich kann die raustragen helfen. Waffe einlagern. Ah, ich kann die auf der Seite hier hinlegen. Komm mal in die Trishop da rein. Dann den Launcher. Hier. Danke, danke. Ist da noch eine Waffe? Ne, dann alle. Dann nehme ich mal die wieder mit. So. Kann ich das dicke Ding da auch hinlegen? Stimmt. Jawoll. Ja, okay. So, wir drin. Kann es losfahren. Wir können einen Buff mitnehmen. Ne. Das ist cool. Eine Sache geht mir nicht aus dem Kopf. JD und Siedlung 2. Ob Markus es wusste? Was er getan hat? Ja. Ich denke schon. Du hast deine Reaktion gesehen. Hab ich. Und? Oh, oh. Oh. Das erklärt so einiges. Aua. Kinder. Hört ihr mich? Er kommt. Er kommt. Er kommt den Rand. Los. Gerade gelandet. Seid ihr bei New Hope? Fast. Frage. Woran erkennen wir, dass wir da sind? Offiziell hat New Hope nie existiert. Es wurde getarnt als Jameson Frachtdepot. Achtet also auf Gleise und folgt ihnen. Gleise. Geht klar. Siehst du meine Markierung eigentlich im Spiel auch? Oder erst nur, wenn du auf die Karte guckst? Ich seh die im Spiel auch. Da hinten. Na ja, okay. Aber, kann man hier was machen? Nee. Oder? Kommt dir das wie normaler Sicherheitsmaßnahmen vor? Äh. Nein. Eher nicht. Ich glaub das ist doch nur die große Tür. Warte, warte. Da ist doch... Bop-bop-bop. Via, Sudan, jetzt hab ich doch gesagt. Ist verschlüsselt. Das ist eine Freigabe, von der ich noch nie gehört habe. Gut, wir sind hier fertig. Kehren wir zurück zum Skiff. Okay, man muss doch mal gucken, ne? Kannst du nicht alles haben, was existiert? Okay, okay. Tut mir leid. Keine Kritik. Ja, das orangen Haus. Ne. Da halten wir. Abgeparkt. Da ist ein Gearsymbol auf dem Haus. Hier liegt ein Longshot Relikt. Oh, was habe ich denn im Wasser? Ich habe im Schnee was gefunden. Ich habe eine Longshot gefunden, aber eine Reliktversion. Ich nehme mal mit, why not? Wieso? Why not? Mehr wird hier nicht sein, oder? Ich denke auch nicht. Zumindest habe ich dir einen Skillpunkt gefunden. Freust du dich da drüber, Allah? Ich freue mich so, Allah. Allah? Kann ich hier runterhandeln? Jetzt kann ich meine dritte Sache skillen. Kann ich länger zappen, habe mehr Reichweite und mehrere Gegner gleichzeitig treffen. Du wirst einfach OP. Und den elf Skillpunkten kann ich noch machen. Umso länger ich habe, umso mehr Schaden mache ich. Und dann kann ich endlich kämpfen. Dann habe ich einfach alle Damage Sachen fertig geskillt und danach gehe ich erst aufs andere Zeug. Bis dann sterbe ich einfach die ganze Zeit One-Hit. Zugtunnel, ja, geh rein. Da links. Das sind Skillpunkte. Markus meinte doch, wir sollen Gleise suchen. Tja, hier ist schon mal ein Tunnel. Ja, aber... Das sind nicht Markus Koordinaten. Wir könnten trotzdem... Retro-Lambster. Das sind so alte Versionen der Waffen. Hallo, komm ich mal in die gruseligen Höhle. Jack, beleuchte den Weg. Jack? Pip 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 pip. Militärzüge. Die einzige Operation hier in der Gegend war Hohlmassensturm. Der unterirdische Angriff auf die Locust. Dann ist vielleicht was brauchbares in den Zügen. Sekundärmission. Na cool. Da gibt es Skillpunkte für mich. Ich sehe das falsch. Da ist Gott. Hier ist nicht viel Bewegungsspiel auf. Dafür habe ich nur nicht geskillt. Da ist eine Granate. Granate. Granate raus. Okay. Mit meiner erhöhten Range treffe ich den bestimmt. Okay. Und jetzt lege ich meine Mine dahin. Jetzt kässe ich alle weg. Komm mal, ich kann die Folge verteidigen. Los, öffne deinen Brustkorb. Okay, ich bin überladen. Oh, er kommt ganz schön nah. Habt ihr ein Schild gegeben? Was ist das hier? Nur noch auf jeden Fall Platz nach hinten. Hallo? Passt der nicht da durch? Hab ich mich mal nach hinten verzogen, damit ich einfach mal safe bin. Ja. Ich will da in seinen Rücken rein. Jetzt träg wir ihn. Wer ist tot? Gut gemacht. Hier oben liegt eine schwere Maschinenpistole, die ihn wahrscheinlich in einer Millisekunde getötet hätte. Ich komme da gar nicht ran. Kommst du da ran? Ich könnte ihn nehmen, wenn ich das geskillt hätte. Vielleicht lohnt sich das ganz schön. Ah, okay. Danke, dass du nichts hilfreiches gehst. Oder ich glaube, du hättest die Kiste da drunter kaputt schießen müssen. Dann wäre es runtergefallen. Bam. Also Skillpunkte. Grindlift-Wartungsaufzeichnung. Hab Notizen eines Core-Technikers gefunden. Irgendwas über Grindlift-Kühlsysteme. Ah, die haben die Grindlifte von Sturmbohren in der Nähe gestartet. Also wenn wir ein Kühltechnik-Teil finden würden, könnten wir es vermutlich mit Jack vertragen. Und seinen Blitz mit Eis versehen. Das überlasse ich dir. Wie ist man dagegen? Hast du das gehört? Ja. Mein Blitz kann ich jetzt so einen Eisblitz machen. Ich sehe, ich habe hier so Fähigkeiten, die so abgesperrt sind. Genau, bei Blitz habe ich das zum Beispiel, wenn ich da draufgehe. Blitzeis friert Feinde ein und macht sie kampfunfähig. Aber lustig, dass wir so eine Zeitmission im Tunnel gefunden haben, wo einfach so ein Mega-Monster ist. Hier helft ihr mir raus? Warum kommt der nicht? Ah, da ist er da. Das war eins von drei. Tante? Ja. Eins von drei Tunnel-Monster oder Nebenmissionen? Eins von drei Nebenmissionen hier in dem Gebiet. Da müssen wir das Träger gerne im Dunkeln rumhängen. Gehen wir nach New Hope. Ja, irgendwie macht ihr neben mit John. Hätte ich das gewusst, hätte ich mein Maschinengewehr mitgenommen. Was ich hier extra so schön gelagert habe. Du kannst ja bei der nächsten Höhle. Ich kann nicht fahren ohne dich. Bin schon in der Freiheit. Soll ich zu früh sind? Ich kann nicht fahren ohne dich. Ich komme gleich. Okay, aber dann gehe ich zu weit. Dann abonniert Mr. More Game Bild. Verbleichtes Foto. Auf der Rückseite des Fotos steht abonniert Mr. More Game. Alicia. Ja, nice. Habt ihr gehört? Dann müsst ihr das jetzt auch tun, oder? Abo da lassen? Favorit. Ah, da sehe ich dich. Da kommst du langsam angeschwebt. Bip bup. Bip bup. Bip bup. Mann, Allah, 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 Allah. Wir fahren, Mann. Bip. Geil. So, wo müssen wir denn ursprünglich hin? Das haben wir gemacht. Zugtunnel. Das war eine Nebenmission. Was sind denn diese, dieses markierte? Achso, da haben wir Sachen gefunden, glaube ich, wahrscheinlich. Wo? Ach, diese schwarzen Punkte. So kleine Punkte, so weiße. Ja, genau, so weiße Punkte mit schwarzem Rand. Das ist wahrscheinlich so interessante Orte. Vielleicht, aber das ist nichts, worüber man mit allen möglichen Leuten redet. Und hier müssen wir zu Fuß. Wohl kaum. Bist aber zu Fuß. Ich hab's überall durchgepackt, die Schaft, ha? Ah, okay. Wir müssen zu Fuß, halt, okay. Oh, hier sind Zelte. Killpunkt. Ich bin bereit mit dem Kampf. Nicht ohne meine Waffe. Soll ich kurz umskillen und skillen, dass ich dich tragen kann? Nein, das ist jetzt beide. Auf geht's. Okay, zwei Skillpunkte mehr und ich kann wieder Waffen tragen, wenn du willst. Okay, nein, das passt schon so. Skill, was du möchtest. Okay, aber ich skill da früher oder später eh rein, weil es cool ist, wenn du alles ständig würdest. Werf die Waffe zuerst runter, werf die Waffe zuerst runter. Wenn sie sie jetzt in einer Hand hat, jetzt wird die nichts wiegen. Kontrollpunkt. Finden sie die New Hope Anlage. Marcus, hier ist keine Einrichtung. Hier ist nur ein alter Wald. Glaubt mir, sie ist da. Weiß Jhin von diesem Ort? Alle Ministerpräsidenten wussten es. Und haben dasselbe getan. Wachen aufgestellt und es geheim gehalten. Geheimnisse, was? Die scheint ja heutzutage jeder zu haben. Gebt mir Bescheid, wenn ihr euch nähert. Zentrale Hände. Das ist übrigens Kapitel 3 von dem Akt. Was ein Akt. Sekunde. Warum? Ich habe Angst weiter zu gehen, weil ich sonst irgendwie dich porte bestimmt und. Ja genau, deswegen warte mal kurz. Ich habe mich jetzt, wo bist du? Ah, komm mal her. Ich komme nicht mehr zurück. Okay, warte. Ich habe meinen Scanner abgearbeitet. Der scannt jetzt auch alle Waffen und sowas. Ah. Und der hat eine doppelt so große Reichweite. Ah, hier ist scheinbar nichts. Okay. Also ich hoffe, dass er auch meine Skilldinger scannt. Jetzt habe ich Angst. Oder heißt es Piepen, dass hier irgendwo ein Skill ist? Ja. Der Strom kommt immer näher. Oh. Großartig. Das ist aber ein schöner Sturm. Ich baue dir ein Schloss. Alter, was die hier für... Schau mal die Bäume an. Voll eingestürmt. Oh, das Wind. Da ist irgendwas markiert. Ach, da drin sind Waffen und Munitionen. Ist da ein Loh? Oh Gott. Du bist allein losgezogen. Wir sind dir doch alle egal. Oh. Wer kann dir noch trauen? Ja, hier ist Munition. Das ist immer so lustig, wenn ich irgendwelche weird Träume habe. Und so piep, piep. Ach ja. War es schon wieder eine Vision gehabt, was passieren wird? Ja, ja, ja. Nee, ich habe einen JD gesehen. Der hat gesagt, wir sind dir alle egal. Und so. Er hat mich angeschrien. Gewöhnt ihr dann das Piepen, Zuschauer? Wird alles scannen. Ist das dunkel? Ist das hier gar nicht? Boom, schau. Oh. Hier ist alles flop. Dieses Beam. Scannen meine ich so. Ja. Immer auf, cooldown. Ich glaube, mit dieser dicke Waffenhinterhalte, zum Glück habe ich sie mitgenommen. Jameson Depot. Oh, surprise, dass der Eingang blockiert ist, das ist schon, das hätte ich nicht gedacht so. Ähm, was? Ganz schön, der fette Eissturm. So, nur Hagel. Ja, nur ein bisschen Regen. Das kommt aus den, das kommt aus den, das kommt aus den, das kommt aus den, das sind meine Hunde, wenn ich bei Regen mit denen rausgehen will. Das ist ein Wunder. Wenn ihr drin sind, werdet ihr Sachen vorausfinden, die echt unten sind? Marcus, wir verlieren dich. Das ist der Sturm. Geh weiter. Wir müssen nur hope finden. Nein, eine Klippe. Wie soll ich jetzt fliegen, der Roboter dann hochkommen? Ach, durch eine Katze. Ich komme mit. Okay, das ist ein bisschen Hagel, ne? Das sind echt die Hunde, wenn man mit ihnen raus will, bei so einem Wetter. Verstehst du irgendwas? Musik wird lauter. Bam, 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 überhüllt's. Wir haben ihn besiegt. Hast du gespielt, ob ihr noch was ist? Äh, ist schön. Da ist ne Boomshot. Na ja, komme ich rein. Ich nehme sie mit. Hilf mir beim Öffnen. Ich würde. Ich sehe nur diese Waffe. Ich schaue sie dagegen. Ich sehe sie. Äh. Äh, warte, ich mache Platz für JD, bitteschön. Das ist JD. Komm schon, Jack. Jack. Ne, wie heißt der? Blödmann. Jeff. Jeff. Dell. Wir sind jetzt drin. Im Hauptgebäude, glaube ich. Alles so gut. Ihr sucht nach einem Biogenetik-Labor. Der Eingang ist ein langer Flur, am dessen Ende sich eine runde Tür befindet. Verstanden. Wir melden uns, wenn wir es finden. Du kannst Türen öffnen. Überprüfe die andere. Hä? Oh, die wird Munition auf dem Klo gelagert. Ja, die siehst du durch meinen Scan, oder? Siehst du da so keine weiße Pfeile? Wenn du Schiff drückst, siehst du auch genau, was da liegt, ne? Munition. Was ist da drin? Ein Loch in der Wand. Ich habe einen Weg gefunden. Äh, wollen wir nicht erst die anderen Räume gucken? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, wir können nicht mehr zurück. Wenn du so einen Skillfunk nochmal siehst, sag Bescheid, dann kann ich mal gucken, ob mein Scanner den anzeigt. Oder du. Also wenn du einen findest. Ja, ja, genau. Sag ich dir auch Bescheid, ob es geht. Bam, 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 bam. Markus, wir haben deinen Flur gefunden. Und deine runde Tür. Sie wurde wohl aufgesprengt. Oh ja, stimmt. Das war sogar ich. Hatte ich ganz vergessen. Und was jetzt? Okay, sucht einen anderen Weg rein. Das Verbor ist voller Starsistanks. Daran könnt ihr es erkennen. Starsistanks. Verstanden. Na gut. War man in New Hope in einem der vorherigen Teile? Ich überlege die ganze Zeit ganz hart. Ich glaube, ja, ich bin mir aber unsicher. Wenn er so sagt, ich habe die Tür aufgesprengt, ist bestimmt so ein Nostalgie-Ding. Nur nicht schon wieder, Oskar. Er ist doch schon tot. Alter, was hat der für Leuchte machen? Ich rieche an Zerese. Ich habe gescannt, Lord, ist ein Feind. Scheiß. Warte, ich lenk ihn ab. Komme schon. Kannst du mich aufheffen, Lord? Aua. Kannst du mich aufheben, Lord? Ich helfe dir. Einfach. Einfach. Unser Kumpel, der muss uns beide aufheben. Verrecke. Friss meinen Sniper. Oh Gott. Ich habe euch ja auch noch, ich habe Ausweichbuch. Jawoll. Frächerkeule. Jawoll. Zeig mal. Na ja, es hat Aufladung. Wenn ich nochmal schlage, ist gefühlt kaputt. Achso. Das ist eigentlich nicht leicht. Wenn wir Gegner sind. Da ist Munition. Sollen wir lang? Aber nicht den Hauptweg gehen. Easy. Ist das der Hauptweg, wo ich bin? Ja. Scheiße. Mehr von denen. Ja, wir haben aber alles angeguckt. Passt. Oh, hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Alter, die kann ich alle gleichzeitig lasern. Do it. Ich gucke zu. Ah, das machst du nicht. Hattest rechtzeitig Laser noch geskillt? Ne, habe ich gar nicht mehr. Das labere ich. Hilfe. Das machst du super. Da ist noch einer. Perfekt. Hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich. Danke. Kommst du? Ja. Wir sehen nichts. Ich habe eine Keule. Wer will da mit aufs Mull? Da kann ich was öffnen? Ja. Also muss ich blitzen. Warte, lass mich scannen. Na los. Gehen wir wieder rein. Ne, die werden mir nicht angezeigt. Okay. Schade, ne? Der Tresor wurde mir aber angezeigt durch den Boden. Dann ist ein Enforcer-Relikt. Müssen wir hier irgendwas machen? Suche sie nach dem Forschungslabor. Vielleicht mussten wir hier gar nicht rein. Ich sehe auch keinen Weg. So spontan. Vielleicht da, wo die Gegner herkamen. Vielleicht da rein. Weißt du, so eine Garage. Die hier sieht ja... Meinst du die hier? Hilf mir beim Heben. Das war die Folge Gears 5. Zusammen mit Zombie. Gerne könnt ihr natürlich eine Bewertung dalassen. Und einen Kommentar. Ich würde mich freuen. Zombie würde sich freuen. Wir alle würden uns freuen. Und wir, liebe Leute, sehen uns in der nächsten spannenden Folge wieder. Danke fürs Zusehen. Celina. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Qi-fquehi. See you.